Was geht ab YouTube? In dem heutigen Video zeige ich euch einen simplen Trick, mit dem ihr in Lost Ark euer Sichtfeld von diesem zu dieser Reichweite erhöhen könnt. Viel Spaß! Gerade in einem vielfältigen Spiel wie Lost Ark kann mehr Einsicht auf das Geschehen einen gewaltigen Vorteil mit sich bringen. Gerade Range-Klassen, wie in meinem Beispiel die Kanoniererinnen, profitieren extrem von mehr Sicht und haben damit einen enormen Vorteil gegenüber Spielern mit weniger Sicht, da sie die Gegner schon einiges eher erkennen und somit viel, viel schneller agieren können. Hier im Hintergrund zeige ich euch den Unterschied von vor der Einstellung und hier zu sehen nach der Einstellung. Ihr seht eindeutig, wie sich euer Sichtfeld und damit euer spielerischer Vorteil enorm erhöht hat. Doch kommen wir nun zum wichtigsten Part, der Einstellung. Dazu geht ihr unten rechts bei dem Zahnrad auf Dienste oder drückt die Escape-Taste, dann geht ihr auf Einstellung und aktiviert dort bei dem Reiter-Video das Kästchen 21 zu 9 Seitenverhältnis erzwingen und anschließend auf Anwenden. Und schon seht ihr auch, dass sich das Sichtfeld vergrößert hat und ich muss ehrlich sagen, am Anfang war es für mich auch echt ungewohnt mit dem schwarzen Balken, doch man gewöhnt sich sehr schnell daran und die weitere Karteneinsicht ist es auf jeden Fall wert. Falls euch das Video geholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder sogar ein kostenloses Abo freuen. Schaut doch auch gerne mal auf Twitch vorbei unter 6-official oder joint unserem Discord-Server, Link dazu in der Videobeschreibung und werdet einen Teil der Community. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon fix, euer 6. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.